herzlich willkommen meine damen und herren zu einem weiteren part rocket league route to champion ich denke ich gehe hier mal dran gucken wir mal wie das wird ach ich soll auch jemanden grüßen das habe ich voll vergessen und zwar soll ich die oder der waren kurden grüßen war in den kommentaren angekündigt fühl dich gegrüßt aber sei mir nicht böse ich also der kanal heißt die waren kurden ja ob es jetzt die der sind ist halt bei sowas immer schlecht zu sagen ich habe auch nicht auf dem kanal weil ich heute hätte ich diese woche einfach so was von verplant bin damit hätte ich nicht erwartet das hätte ich nicht erwartet aber ich glaube ich muss gleich ich glaube ich muss auch gleich mal das fenster aufmachen hier ist schon wieder eine bullen wärme drin ich wüsste gerne woher die ganze wärme kommt ja klar vom pc haha nein aber draußen im flur ist es halt wirklich komplett kalt ich glaube ich müsste ein tick aggressiver gehen das wäre vielleicht ganz gut soll bis ok nehmen wir so also nehmen wir so man kann direkt ins schlafzimmer kommen und ich sind in sektor sache ach man ich hätte doch einfach sein drücken sollen es war so dumm das nicht zu machen naja geht nur wir wollen uns hier erstmal das nos das da kommt halt nichts so gutes bei rum ich bringe noch mal in die mitte da hätte ich etwas spieler äh etwas spitzer anspielen müssen ja da hat er mich noch immer alter das macht er zurzeit gut einfach ein hit und noch ein hit ja erst mal nach vorne ist natürlich nie die beste lösung aber irgendwie kriegt mein teammate das in der regel immer ganz gut hin da vorne aus bällen zu machen die eigentlich schier unmöglich oh jetzt ist er nicht da schade die eigentlich schier unmöglich sind die irgendwie reinzudrücken alter was sind denn das für bälle schade ich gehe kaum von der anderen seite sehr schön der war wichtig oh nö dann direkt so einer so den machen wir erstmal hier hin ja den kann er ähm gegen die wand hätte man besser gefallen dann wäre der mehr in die mehr Richtung Mitte gekommen ja das war mies das war mies aber gut gut äh verteidigt also gut gut oh fuck so jetzt dürfte er eine etwas bessere Chance haben ach du scheiße ich versuche es über die wand dass wir da vielleicht einfach nochmal eine gute Position bekommen weil so das war sogar so geplant gibt es ja nicht oh fuck das war nicht so geplant und das erst recht nicht ach fuck it naja wollte ich nochmal erwischen so double tap mäßig aber computer sagt nein ach fuck it naja das war jetzt semi optimal einfach auch weil ich gar kein los hatte kriegt er ja nicht gut auch nicht oh ja ah schade da war er noch dazwischen oh warte mal äh ne 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 wow what als ob also ich weiß nicht ob es sein Ball war oder ich weiß also oder wie auch immer scheiße man das war ja auch mega peinlich so hier können wir erstmal verteidigen ach du kacke okay obwohl geht geht ich kann zumindest in die richtige Richtung spielen ja den krieg ich jetzt nicht nein so guck mal das eng das war knapp ach du kacke okay fuck hätten wir uns nicht berührt wäre das so dann wäre das gut nehmen wir nehmen wir so Ton ist natürlich wieder immer weg wenn ich die die lose win situation gucke nicht schlecht okay dann würde ich sagen wir sehen uns gleich wieder in der nächsten so zurück sind wir my aim is trash sind wir mal gespannt ob die wirklich so schlecht sind also ich muss aber sagen ich habe das Gefühl ich muss nachher mal gucken im nächsten Part wann okay bis gleich so herzlich willkommen zurück meine Freunde und ich habe gerade eben mal geguckt die Serie hat mit 1046 Punkten angefangen wir sind jetzt bei 1055 ähm und jetzt kommt es halt drauf an also weil ich ja im letzten Part irgendwie behauptet hat von wegen oh schade ähm ich habe das Gefühl wir haben irgendwie Minuspunkte gemacht aber nein haben wir nicht äh das war kein Flip äh kein kein guter Ball ja warte mal ist er jetzt da auch hinterher wie ich okay das habe ich jetzt nicht verstanden ich möchte mir nochmal angucken irgendwie sowas muss gewesen sein naja ach ich wollte hier das Fenster aufmachen das habe ich auch noch vergessen naja passiert ne 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 ja 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 als ob der mich dann noch erwischt hat wenn wir hier kommen ah fuck it ja geht doch endlich mal was vernünftiges so jetzt kommt der natürlich da dran und der bekommt auch noch den Ball ja ich weiß nicht was da was ich mir dabei gedacht habe warte mal den könnten wir aber nehmen das könnte sogar was relativ gutes werden oh endlich Nuss der geht zu hoch den haben wir war zwar auch eine relativ glückliche Sache ja gut den kriegen wir dann nicht so gut auf Zeit gespielt ich weiß nicht ob er das gesehen hat ob er das absichtlich gemacht hat oder einfach nur keinen Nuss hatte ja gut das war jetzt äh ja okay na wenigstens entschuldigt er sich also alles gut dann wird er mich einfach nur nicht gesehen haben oh schön oder hat er mich falsch im Winkel ne komm mach du oh weißt du so warte mal so wie du da anfährst nimmst du den du stehst da viel besser hier den nehme ich noch einmal aber auch nur schön hab nichts gesagt hab nichts gesagt wie kriegt der den er kriegt den ja der kommt halt Müll aber der kann ich bestimmt aushelfen okay der daraus macht der Müll aber ist nicht ganz so wild kriegst du den er kriegt ihn den krieg ich noch mal aber das geht auch eher Richtung ach du Scheiße das geht Richtung ist es peinlich so wir gehen etwas in die Defense theoretisch müsste er jetzt fuck fuck das war so doof also muss ich vollkommen auf meine Kappe nehmen da habe ich mich so festgefahren und hatte keine Rotation mehr das ist halt auch ein Ball da könnte ich kotzen die kriege ich nie vernünftig die müsste ich eigentlich mal üben aber ich weiß halt einfach nicht wie äh zu hoch schön ein Tor noch ein Tor noch ein Tor noch und da war auch mehr Glück als Verstand dabei seien wir mal ganz ehrlich so den machen wir mal hoch Alter solche Bälle hätte ich gerne öfter mal fuck ja aber das war auch irgendwo gut komm noch mal in die Mitte noch mal in die Mitte noch mal in die Mitte Mitte ah fuck ja da geht der jetzt da macht der jetzt noch eine Vorlage draus oh war das glücklich puh jetzt kommt wahrscheinlich hier wieder so ein oh ne der Deck geht in unsere Richtung ich meine dass aus dem Fall jetzt nicht so viel wird war mir schon fast klar aber immer noch besser als wenn er zu den Gegnern kommt hier machen wir einfach nur ach fuck das Nuss wollte ich haben ja genau deswegen wollte ich das Nuss haben ja aber gut auch schön win 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 perfekto perfekto so einmal die Nummero 6 also 16 Szene sehr gut das heißt wir haben jetzt 2 win und 2 lose und sind jetzt bei 164 Punkten sehr schön dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten warte mal ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Part wenn es euch gefallen hat lasst eine Bewertung da und ich mache jetzt hier das Fenster offen weil ich mir sonst den Arsch ab schwitze dann